so herzlich willkommen zurück unterwegs zu irgendeinem renn was wir noch nicht markiert haben und auch noch nicht besprochen haben wo kanal von teilen muss ja noch eine runde sein gut tun wir machen wir los online jobs von rockstar stehen kannst du mal bitte mein hinterdings in ruhe lassen spürst du das siehst du 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 hast die so heißen rennen kann ich noch nicht füllen v-max-up-reuth-gebiegt alter das ist doch aber nicht von rockstar eine doch schütteln anterunden im waiting for the einladung motorräder wie steht dein motorrad ein fahrzeug auf nein was machst du ich habe von letzter eine mission angenommen dann geh wieder raus so beenden dein verhandlungslevel wurde wieder hergestellt du hast 200 dollar wiederbekommen sehr geil kommt so dann oh mann was läuft egal so los bist du noch aber wir stehen ich bin da ich bin da ja aber wir stehen noch dritt bei ich muss noch warten ich muss jetzt nein ich hoffe auch dass das zählt mit dem freund eigentlich schon hoffen wir einfach mal ich bin da ich bin da 17 gewonnen und verloren nur nur passt bist du bereit oder drückst du auch bereit oder ich habe eine fette wunde in der fresse alter ach wir wollten noch zum friseur gehen übrigens machen wir noch wo bist du links neben dir ja kein blitzschlag aber warum warum bist du schneller als ich ich kann es halt aber das ist eigentlich das schnellste motorrad was es mal gab mittlerweile leider nicht mehr das schnellste aber anscheinend nicht mehr ne ja die oh toll scheiß pappe aber denk dran ich sollte trotzdem gewinnen weil sonst zählt das nicht wirklich waren noch ansprüche ja ich will doch nur den turbo haben scheiß pappe ähm warum bist du krass ne richtige motorrad scheint ich hole langsam auf pappe ausweichen so jetzt bloß kein fahrfehler äh nee chill oh mein gott ich fahr auf einmal schlangenlinien warum ich hab mein bike nicht mehr unter kontrolle was soll ich nur machen oh nein er ist vorbeigefahren oh ich hab verloren was eine tragédie ja schlimm 21993 oh ja neuer welt das war voll gespielt prophet ne ich hab einen neuen Weltrekord angestellt bitte was er stand da mal wieder fast level 40 fast so wir müssen uns noch eine crew machen ne wenn wir dann ja haben ähm ja super aber du musst auch das rennen machen mit ähm der maschine wo du das auch ne muss man nicht nur die klasse aber ich hab's trotzdem mit dir gemacht warum hast du das spiel verlassen hä nein hm ich bin alleine auf dem server ja ich lad dich mal wieder ein warte bei mir steht einladung ich muss dich einladen ja warum musst du mich einladen weiß ich nicht ne muss doch nicht bin ja auch alleine auf dem server hm dann halt du da profit geht hier online ich will mir die ich guck mal ob ich das motorrad finde was ich eben gefahren habe ich finde das eigentlich ganz geil wenn ich nur wüsste wie das heißt vor allem war es ganz schön schnell ja ja eben deswegen will ich es haben das sieht auch einigermaßen in Ordnung aus für ein Motorrad ich bin ja eigentlich nicht so der Motorradfreund aber diese Carbon echt ne ah ja da ist sie ja noch nicht verfügbar Teil des Last Team Standing Updates 28.000 ja gut die Pegasi hat nur 15.000 wie war es denn ich will diese kann ich nicht kaufen was kannst du nicht kaufen der Auto äh Motorrad warum nicht hu doch ich hab sie gekauft so jetzt geh ich mal zum Payne so ihre Hakuchioa wird demnächst in ihrer Garage stehen ah da bist du ja schon da oder warte mal ich glaube das ist so du kriegst glaube ich das Rennen zählt nur als gewonnen wenn ich gewonnen wenn du es noch nicht gemacht hast also ich sag mal Kanal von Tral haben wir schon so oft gemacht weiß ich nicht mal schauen weil sonst wäre das ja total einfach die Sachen zu bekommen ich glaube nicht dass das funktioniert ja deswegen kann halt sein dass es mit Freunden nur mit Freunden nicht funktionieren weil wir sagen mal wenn du Kanal von Tral gegen andere Leute halt oft gewinnst hast du es ja auch gewonnen ja aber das Rennen Kanal von Tral selbst hast du ja schon gemacht oft ja aber das macht glaube ich eher weniger was anderes Turbo ist aber ein Sternchen ja ich kann Turbo Tuning machen ja ja guck mal 24.000 Dollar ja guck mal 24.000 Dollar ja du bist ja schon jetzt geht's noch mehr ab hey 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 ja krieg mich ey fang mich Junge ja ganz gut ab bremse au au schade dass da Gitter sind ich glaube wenn du da runterfallen würdest das würde glaube ich jeden Spieler abfacken ich schieße ihn mal in den Arm oh ich ey mal gucken ob ich den zweiten Schuss noch getroffen habe ja hab ich deine Rechte erfordert mit Blatt ö ö ö r o 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 5 wir treffen sich durch er wird da hinten ist mich nicht mehr Regulierung mit Motorrad ich mit den Arbeiten und dort stehen in der Garage alles klar um ich glaube ich bin auch noch ein Motorrad kaufen aber ich habe nicht mehr viel Geld ich sollte langsam aufhören ich bin ich nur den schießt doch schießt auf sein eigenes Auto ich hab damit kein Problem das gibt's nicht so ja mein Auto ist kaputt ich ruf mal die Versicherung an das war schlau das war schlau ich hab nicht damit gedacht dass du wegrüßt ja natürlich in den Gradatumix ja nur 400 Dollar das geht ja noch sicher hey oh da kann die Polizei jetzt hier für dich ich hab gehört ein paar mal ey Junge nein ich wollte dich gerade von meinem Motorrad runter werfen hallo Polizei hier ist Blut von meinem Motorrad gehört nicht mehr oh Geld danke du hast mir 210 Dollar gegeben immerhin kannst du mal aufhören um mich zu schießen ich war das nicht natürlich ich bist gerade ein Schuss geflogen ich war das nicht hey habe ich dich nicht umgefahren nein bei mir habe ich dich getroffen aber du bist hier irgendwo geflogen hey wo bist du ach da bist du hallo bist du verrückt ich bin so ein Raketenwerfer ja ja tschüss warum visiert der dich nicht an ich verstehe das nicht weil ich ungefähr einen Kilometer weg bin der hat schon Autos vor dir anvisiert ne jetzt bin ich echt ein bisschen weit weg hui stoppie äh ich gehe mal ins Internet und guck mal was es noch für Motorräder gibt und dann entscheide ich mich ob ich also ich habe jetzt auch 82.000 Legendary Motorsport da gibt es auch Motorräder die Thrust 75.000 ach ja genau die wollte ich noch haben die hole ich mir jetzt ja 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 ich drauf äh Weasel Plaza ach ne geht nicht voll hängen wir in Avenue jetzt habe ich noch 20.000 toll ne 10.000 ok wir müssen wieder Geld machen ja glaube ich auch ich habe verdammt wenig Geld aber das Motorrad hat es gelohnt echt jetzt 9400 wie viel hatte ich am Anfang der Aufnahme 200.000 glaube ich ja ich habe 200.000 ausgegeben das geht zu schnell und ich habe mir nicht mal eine Waffe oder eine neue Frise gekauft ja da hast du recht ich finde es sollte aber mehr Bärte geben weil es gibt nicht so einen richtig langen richtig richtig langen Bart Schnitt ne nur so ein bisschen Stappelchen aber das wäre lustig so ein Weihnachtsmannbad ne guttack mitfahren oder ne ne was machen wie viel Aufnahmen haben wir denn mit der jetzt 4 wo bist du komm her ganz verrückt uuuhh ich habe es noch fliegen sehen Junge schön ich habe nicht fliegen was schön nur noch ein wow und dann ich pass dich ich habe es noch ich habe es noch auch für mich so den Reifen habe ich getroffen mit der Pistole aus dem wird das Auto hergeben ja wohl mein neues Motorrad ist da 196 PS ich glaube ich hole ihn nur ab wow was hast du gemacht? ich wollte eigentlich die Polizei ich glaube ich habe die Granate bei den Bullen reingeworfen die Bullen sind zu mir gefahren was heute es ist da nicht irgendwo ein Frise in der nähe ja sowieso lubricat auch noch ich glaube danach machen wir dann auf eine Pause weil ich glaube wir müssten heute noch ein bisschen Geld verdienen mhm glaube ich auch oh hier liegt ein kaputtes Auto, wer das wohl war? oh hier in den Schranken unten ja, er fährt gerade den Zug vorbei, bei mir auch ja, Zug ich bringe den Zug drüber, was soll gegen den Zug, gegen den Zug und auf den Zug und wieder runter doch erfolgreich den Zug überquert ich bin auf dem Zug warum? weiß ich nicht hier ist der Preserver, wo ich gerade bin ne? komm wieder zurück kannst du mein Motorrad sogar nehmen erlaube ich dir du bist nämlich gerade in der Nähe von meinem Motorrad ah da hinten steht es ich laufe jedenfalls ist da etwas grünes hier ist die Mega Moroll, warum kann man da nicht rein? so ein Einkaufszentrum fehlt für mich noch das wäre geil, ja, das wäre mega wenn dann alle Läden einfach direkt nebeneinander ich hab's dann, ich hol mir dann mein Motorrad wir schießen uns mal beide die Reifen kaputt warum? weiß ich nicht einmal Haarschnitt neu machen bitte Junge wie die abgeht eh Bärte gibt's irgendwie nicht so was langes nur so ganz kurz so Bärte gibt's oder jedenfalls keine, die annähernd gut aussehen hm Ach schade da war grad ein Zug und ich wollte dein Motorrad im Zug parken damit's wegfährt, aber kann man leider nicht reinstellen Hä? ich hab dir erlaubt mit meinem Motorrad herzufahren oder du sollst dich komplett zerstören ja, nein, nein, ich wollte es noch richtig parken junger Hipster ach nee, das hab ich ja gerade Seitenschalt, ne bisschen länger hm Surfer ach die Scheiße platze warum hab ich jetzt kopf an mir du stehst in einem Friseur oh, sie hat mich gefunden au, headshot stehen wir da grad draußen ja Bist du verrückt? Junge, ich lass mich hier gerade so chillig mein Dings weißt du meine Frisur schnell Daraus ist Amoklauf oh, das sieht echt schön aus das machen wir mal die Friseurin hat ein blutiges Hemd an gerade ah, ich seh's schön auf die Brust ja, kann man mal machen was passiert jetzt eigentlich, wenn ich die Granate hier hinlege? äh, mach's nicht ich will wenigstens erstmal fertig schneiden ja, okay, dann schneid fertig ah ne, dann kann man ja nicht mehr schneiden ja, aber ich weiß, ich sterbe eben beide? weiß ich nicht aber ich will trotzdem erstmal fertig schneiden danach kann ich meinetwegen sterben ist mir egal wenn du fertig hast, sag Bescheid, dass ich vorher noch die Granate legen kann nein ja, komm einfach wieder her ja, was wollen wir denn? oh, ist richtig ich bin fertig oh nein, das sieht ja behindert aus warte, 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 warte oh, da steht ein Feuerwehrwagen Feuerwehrwagen, Feuerwehrwagen Feuerwehrwagen das ist mit meinem Hut aber oh, es regnet ja wie sonst was ja das ist mit meinem Hut aber ein bisschen nein, die Farben warum habe ich jetzt einen Stern? gott komm, ich hab' echt Feuerwehrwagen komm, komm, komm komm paper ich komme wohin muss beenden Motion du lieblich Nürnberg und im Landstuhl Zug irgendwo hinfangen überfestigen Wien zum Bild um ich möchte zu meinem neuen Motor wir sind eine Gebretung der ich habe glaube ich habe einen Platten gefahren es hat sich das Tagebrett gefahren Ich glaube, aber ich finde es schön, wenn es gerade mal regnet. Ja, erstmal eine kleine Abwechslung. Und es regnet mal ordentlich. Scheiße, bitte. Nein, sie sehen mich. Nein, ich will nicht. Nein. Oh, da kommt ein Helikopter. Warum habe ich drei Sternen? Ich habe den nur geboxt, weil es ist. Ach, die Konten drehen sich alle auf dich. Das ist gut. Mir fällt keiner. Oh, aber da verschießt mich ein Helikopter. Ich glaube. Komm. Machst mal bitte die Helikopter weg. Ich habe ein Salto gemacht. Cool. Und bin am Rücken gelandet. Oh, über mir ist ein Helikopter. Ha, ich habe einen Schützen getötet. Ja, ich brauche mal Auto auf Reformen sein. Mit Polizisten. Oh. Ich bin droht. die und und tut ergeben sonst du bist tot die Köln die Klinik auf der Mutter machen wir es mit dir Autoha 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 Nein! Fahrst du auch zum Weasel Plaza oder? Wenn ich wiederbelebt werde, ja Wow, hier ist Motorradfahrer hinter mich, der mich abknallen will Ich habe einfach gebremst Geil Und er ist drauf gefahren Ach ja, ach da ist die Emanation, so ein Glück Alter, ich geb wieder so Geld aus Ja Junge, ich hab nur noch 10.000 Ich werd gleich meinen Dominator holen Und werde den mal hier in der Waschanlage reinigen Alles klar Kommst du her? Ich hol kurz mein neues Moped ab Ach ne, steht ja gar nicht bei der Weasel Plaza Kann man auch The Moped waschen Aber ich nochmal ein Auto, das ich waschen will Ich hol mir kurz eins aus meiner Garage Alter, ich hab nur noch 145.000 Ja, aber 10.000 Ich hätt gern noch 145.000 Ach ja, äh Ich kann ja mein Motorrad auch jetzt holen Motorrad Motorrad Mit Doppel A Ähm Oh mein Gott, was ein geiler Arsch Los Hä, Sanchez 2, wieso hab ich eine Sanchez bei mir in der Garage? Ich hab auch eine Kommt es kommen Wieso? Ich nehm mal was man schafft der So wo ist mein Moped noch gerade? Da Och ne Ich hab durch das viele rumdrücken hab ich den Pink bestellt jetzt seit die Stahl ja gut kann man auch umlackieren ich komme auf ich komme zu Prozent ich hab's im Blick bestellt er wurde das gerade geholt vorletzte Folge dieses auch gekauft wollen ja wo hast du gerade abgeholt vor meinem Telefon Telefon und dann ist sie neben dir gespawnt, auch Mechaniker genau, ah, der bisher ja, meine ist eine Hangman-FM schau mal schön komm, wir fahren mal zum Pitch-Pray ja, fangen wir doch hier hin nee, da lang okay wow ist ausgepackt rum ja, eben bei mir auch ich hab gedacht, ich ramm's, aber es war zum Glück schon ich ramm's nicht ich hab's gerammt so, da sind wir nun meine geile Shih Tzu Hakushu so, erstmal reparieren so, was können wir alles machen Panzerung kostet 6.000 ich hab kein Geld mehr ich muss erst Geld verdienen brauche ich nicht Bremsen Straßenbremsen bringt so nichts Motor EMS-Verbesserung machen wir mal Sprengstoff machen wir mal Hupe ich könnte ein LKW-Hupe reinbauen cool passt voll zu einem Motorrad ich bin so bescheuert einfach nur ja ich hab grad 20.000 für die Hupe ausgegeben nice so, primäre Farbe matt äh, Klassik-Metalle Perleffekt dein Fahrzeug braucht eine Metallic-Lackierung ach geil schwarz-pink ist auch nicht ist auch nice ja, dann mach ich die doch in rot rot-weiß, oder? Turino-rot Perleneffekt was bringt eigentlich der Perleneffekt? keine Ahnung ah, das ist das du kennst doch, wenn du im Auto vorbeiläuft äh, von vorne ist es grün läufst du Richtung Seite wird es irgendwie schwarz oder so, ne? ja das ist dieser Perleneffekt ah so, und die sekundäre Farbe Chrom ne matt-schwarz oh ja, matt-schwarz so fertig so, was können wir noch machen? verkaufen ne Getriebe Turbo noch 6 Rennen Getriebe Straßengetriebe ne, lassen wir mal so Reifen Felgentyp Vorderrad ach geil, da können wir auch schön andere Felgen machen ich hab nur noch 11.000, Alter ich kann mir nichts mehr kaufen ja, geht mir genauso so hallo fertig siehst du mich? äh ey, mein Bier ist das deine? das ist mein Bier so ja, das ist mein Werk ah, schön gut, 25 Minuten ich würde sagen, wir machen da mal eine Aufnahmepause und sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder wir gehen mal Geld verdienen würde ich auch sagen also dann tschüss Leute ciao so Vielen Dank.